Okay, Feuerwerksmischung Teil 2, dann gehen wir los mit China Bernadé von Lesley. Jetzt wird man im ganzen Dorf, ne? Ja. Okay, dann machen wir jetzt mit den Wirbelblinkbellen weiter. Auf Schlag, 3 Stück auf Schlag. Leg dir am besten hin, leg dir am besten hin, weil da fängt an zu drehen, die Scheiße. Ach, herrlich. So, ein paar schöne Kubis von Veko. Alter, auf den Podest. Herrlich. Schmeiß den einen in die Dunkelheit am besten. Zu guter Letzt. Scheiße, scheiße. Jawoll. Und zu guter Letzt haben wir noch die schöne Renault. Unser Highlight. Viel Spaß bei der Zündung. Schöne Grüße an euch Büros und denkt dran, nicht mehr lange. Bist du jetzt mal? Vielen Dank.